Die Erstellung und Aktualisierung von Schnitten und Ansichten wurde in Alplan 2017 völlig überarbeitet, vereinfacht und beschleunigt. Die Eigenschaften der Schnittführung definieren Sie nun in einer übersichtlichen Palette. Intuitiv wechseln Sie zwischen Horizontal und Vertikalschnitt. Die Begrenzungshöhen des Schnitts können automatisch aus den Modelldaten übernommen werden. Die Darstellung der Schnittführungslinie können Sie detailliert beeinflussen. Tragen Sie den Schnittverlauf wie gewohnt im Grundriss ein. Mit nur noch einem einzigen Menüpunkt in den Ableitungen der Bauwerkstruktur erzeugen Sie den Schnitt. Bestimmen Sie die Quellteilbilder, zum Beispiel mit Hilfe eines Favoriten. Die Möglichkeit der automatischen Aktualisierung ist neu und voreingestellt. Alle Details zur Formatierung und Darstellung finden Sie in übersichtlich gegliederten Paletten. Bestätigen Sie Ihre Einstellungen und öffnen Sie den aus Ihrem Modell abgeleiteten Schnitt. Ergänzungen können Sie nun direkt im Schnitt Teilbild vornehmen. Sie gehen bei einer Aktualisierung nicht verloren. Änderungen, die Sie am Modell vornehmen, wie hier die Ergänzung einer runden Wandöffnung, werden im Schnitt automatisch dargestellt. Die Aktualisierung muss nicht gesondert ausgelöst werden. Ansichten erzeugen Sie ebenso leicht. Bestimmen Sie zunächst auch hier die Quellteilbilder für die Ansichtsberechnung. Anschließend legen Sie weitere Parameter, wie etwa die Blickrichtung fest. Zum Abschluss bestätigen Sie Ihre Vorgaben. Die Einstellungen für die Ansichts- wie auch die Schnittdarstellungen können Sie sehr leicht auch nachträglich anpassen und auch hier die Ergänzungen direkt im Ansichtsteilbild vornehmen. Hier wird noch zusätzlich die Berücksichtigung von Licht und Schatten hinzugefügt und dafür eine Vorschau angezeigt. Außerdem können Sie die automatische Aktualisierung aufheben. Dadurch erhalten Sie die Möglichkeit, die 2D-Ansicht frei zu modifizieren und zu gestalten.